ich habe in letzter sekunde rausgesprungen das feuer das wir haben ich habe ein alter da ist einer unserem geschütz wo ist das geschützt der hat ja gar nichts getroffen ich dachte noch so macht richtig guten job weil der auch auf den truck geschossen hat glaube ich ja hatte ja auch gott und ich denke mir so warum schießt denn der johnny jetzt auf ich habe keinen Bock mehr auf dich einfach okay so lange er noch nicht da jetzt gehe ich aufs geschützt wir sind doch da ich will nicht aufs geschützt gehen das ist nur selbstmacht ach so ja dann mache ich das halt einfach mal wie ist er da hingekommen dieser Spacke erstens wie ist er da hingekommen und zweitens warum hat er auf den truck geschossen ja und nicht auf die drei typen die auf den truck schießen kannst du mich vorher noch heilen ja klar